14.000 Tage Macht, Krach, Desperado Jeder von uns wusste genau, wir wollen die Welt erobern. So wie wir sind, sind wir. Und ich glaube, diese Authentizität ist das, was die Onkels wirklich so erfolgreich gemacht haben. Also ich meine, bitte, das ist eine Achterbahnfahrt vom Allerfeinsten. Die Onkels sind unsere Lebensaufgabe. Also ohne Leben geht auch, aber mit ist schöner. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Was? Hi! Wer darf denn ausrufen? Ich wünsch mir nochmal 40 Jahre. Ah! Kuchen und Bier. Na also, Kinder, so lässt sich's arbeiten. Grüß dich! Grüß dich! Die 14.000 Tage feiern wir mit Kuchen und Bier. Gewitter im Kopf, Flammen im Herbst. Den Traum in der Tasche, das war 80 im Herbst. 40 ist so surreal. Was sind 40 Jahre für eine Band? Ich meine, das ist ein Leben. Also das könnte jetzt auch das 20-Jährige sein und ich würde jetzt nicht viel Unterschied merken. Ich finde es immer besser, muss man ganz ehrlich sagen. Die 14.000 Tage, Liebe und Kabale. Kinder, wie die Zeit vergeht. Setz dich und lass dir bequem. Die 14.000 Tage feiern wir mit Tuchen und Bier. Tuchen und Bier. Die Musik war schon immer ein Ventil. Du hast dann wirklich dein Cover gesehen und dann hast du's da oben rattern lassen. Ich hatte mir Gitarren selbst gebaut aus Holz, E-Gitarren. Hab die Anlage aufgedreht, die Lichtorgel laufen lassen. Das Proposkop hab ich mir noch gegönnt und dann gib ihm. Ich hab nie Zweifel daran gehabt, dass das genau das ist, was ich gern machen will. Und dass es irgendwie auch funktionieren wird. Das war auch Ausdruck von, ich will das alles rauslassen. Meinen eigenen Hass, vielleicht auf mich selber, auf meine Umwelt, auf mein ganzes Dasein. Hat das verkörpert und das hab ich ausgelebt. Also im wahrsten Sinne. Und dann kam der Punk. Und der Punk war auf einmal wieder, kannst nicht viel, kannst drei Akkorde. Geil, Alter. Und du kannst ein bisschen Schlagzeug spielen. Energie rein, los geht. Da wurdest du wirklich als Punk noch schief angeguckt? Ja, man ist schon blöd angemacht worden. In der Berufsschule, an der Würstchenbude oder so. Ja, wahrscheinlich ist es vorbei, mein Freund. Wie siehst du denn aus? Ich war noch in der Lehre damals. Sechs Pistols hinten auf der Lederjacke drauf gehabt, wenn ich durch die Produktion gegangen bin in der Firma. Dann haben die spanischen Mitarbeiterinnen, die Gastarbeiter, haben immer, ah mira, sechs Pistolas. Haben sie jedes Mal kaputt gelacht, wenn du da vorbeigegangen bist und so. Aber egal. Wir waren dann halt, dann ging es auf einmal wieder ab. Das war eine neue Jugendbewegung, die hatte ich geschnappt und die hatte ich mitgenommen, ja. Man konnte sich einfach gehen lassen. Das hat dir auf einmal diese Freiheit gegeben. Und auf einmal stand dir die ganze Welt offen. Da sagst du, okay, also ja, das geht. Ja, also wir brauchen jetzt nicht erst mal fünf Jahre Gitarrenschule, bevor wir uns trauen, jetzt eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Wir haben keine Angst davor, uns zu blamieren. Wir haben keine Angst davor, primitiv zu sein. Wir haben keine Angst davor, hässlich zu sein. Wir haben keine Angst davor, vor gar nichts. Und das ist eigentlich das, was der Punkrock für mich irgendwie halt ausgelöst hat und er heute noch darstellt. Und deswegen fühle ich mich da immer noch als ein Kind des Punks, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ohne den wäre sicherlich vieles anders gelaufen. Keine Band. Wir hätten uns nicht getraut, Musik zu machen, weil keiner konnte was. Dann sind wir nach Frankfurt gefahren, Jutz Bockenheim. Und da hatten viele, konnten gar nicht spielen. Und es hat uns dazu bewogen, ja, jetzt machen wir genauso. Wir holen uns ein Schlagzeug, einen Bass und dann machen wir auch nichts. Es ist einfach schon mutig, mit so viel Dilentantismus und einfach nur Energie ohne Können, ohne das geringste Können, sich auf die Bühne zu stellen und einen Dicken zu machen. Wir hatten einen Song, den wir spielen konnten, das war Harakiri. Das hat sich angehört wie ein Lied. Und damit war es auch, war Ende der Fahnenstange. Es gab ein Lied, das hieß Teppich runter, hat einfach nur jemand den Wandteppich von der Wand gerissen. Da kann man sich ungefähr so ausmalen, wie es damals abgegangen ist. Wir sind jedes Wochenende aus dem Dorf raus und das ganze Wochenende in Frankfurt verbracht in der Punk-Szene. Wir haben uns dann etabliert zu der Band. 1980, ab 25. November war es glaube ich, sind wir einen Hügel hochgelaufen, da war komischerweise schon Schnee im November. Da sind Kinder mit dem Schlitten rumgefahren. Und so Mädchen, so kleine Mädchen, so fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Oh, da sind die bösen Onkels. Oh, wie geil ist das denn? Böse Onkels. Ja, Gonzo ist am Anfang dazugekommen auf jeden Fall. Jutz Bockenheim, er war da auch mit seiner Band, er konnte ja schon richtig gut spielen. Die haben ja auf dem Dachboden oben in Jutz Bockenheim, hatten die einen Proberaum gehabt. Und dann durften wir dann auch mal damit in die heilige Stätte da oben. Und der Gonzo hat sechs Pizzles Lieder nachgespielt, das haben in die Ohren geschlackert. Na geil, die waren total begeistert. Und konnten ihm gut zureden und dann eines Tages hat er gesagt, Jungs, ich spiele bei euch mit. Er hat das Potenzial erkannt. Und von da ab war klar, jetzt geht's los. Das Interessante bei den Onkels war, dann ist nichts passiert. Dann bist du in die Band eingestiegen und das war's dann noch. Da hast du gedacht, gut, proben wir irgendwann mal. Anscheinend nicht. Ja, es war, wie gesagt, viele Auftrittsmöglichkeiten gab's halt nicht. Uns hat man noch nicht zu Partys eingeladen. Ja, da mussten wir halt reingehen. Aber eingeladen sind wir nicht. Eingeladen waren wir nicht. Das hat immer irgendwie, das hat immer ein Unglück genommen. Wenn wir auf irgendwelchen Punkkonzerten waren, aber wir waren natürlich nicht auf dem Line-Up, aber die ganze Band war da, sind wir zu denen hingegangen. Stefan war immer ganz groß da drin, die zu überreden, ey, bevor ihr anfangt, können wir doch spielen. Instrumente habt ihr da und so. Und so sind wir dann zu ein paar Konzerten gekommen und so weiter. Einfach total unbedarft und ach guck, machen wir das einfach mal, weißt du. Und guck mal, was passiert. Und hatten halt keine Hemmung, das muss man wirklich sagen. Oder sehr wenige. Und die konnte man sich wegtrinken. Wir waren ja davon überzeugt, dass wir die Geilsten sind. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Asche ins Haus regnet und man uns würdigt und uns huldigt. Der Gedanke, der war in einer Stärke vorhanden. Wir haben das mit einem solchen Selbstbewusstsein verkörpert auch, dass die Leute, egal wie scheiße wir waren, die fanden uns trotzdem gut. Klar haben wir uns natürlich auch bei uns selbst kaputt gelacht, aber wir haben uns auf der anderen Seite auch wieder uns verklagt, wir sind die Geilsten. Keiner muss mir dies geschaffen, plötzlich waren wir da. Und keiner lernt so, kann uns nie vergessen. Keiner muss mir dies geschaffen, plötzlich waren wir da. Und keiner lernt so, kann uns nie vergessen. Ziel eines jeden jungen Musiker ist es ja, okay, einmal im Leben muss ich mal eine Platte aufnehmen. Ich glaube, die erste Platte, die lässt sich mit keiner anderen vergleichen. Ja, der, sagen wir mal, der Besitzer war das, glaube ich, dieser ominösen Plattenfirma, kann man ja ruhig sagen heute, dass die damals, waren die noch gar nicht so als ominös bekannt, weil die haben auch ultra viele Punk-Sampler aus England in Deutschland rausgebracht und so. Und der meldete sich damals halt bei uns und sagte, ja, ihr seid geil, ihr müsst eine Platte aufnehmen, ich zahle euch den Studioaufenthalt. Du hattest doch gar keine Ambitionen, du wolltest einfach nur das Ding haben, auch im Studio, alles total aufregend, die vielen Knöpfe und Bandmaschinen und ich weiß nicht was. Und jetzt, ne, und da war klar, die Geilsten, jetzt sind wir echt die Geilsten, ja. Wir haben noch eine Quizfrage. Wer will die Quizfrage stellen? Hier. Ja, die Quizfrage, die lautet, wie heißt die verbotene Platte von uns? Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat seit 1986 diverse Platten indiziert. Ich schreibe die Texte meistens in der Echtform, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, das werden die Leute kriegen seit eh ins Gesicht geschlagen, es wird einfach ein bisschen härter. Obwohl es nicht unbedingt gemeint ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Kindermörder oder so ein Lied schreibe, dann hat das für mich nicht die Bedeutung, dass ich das ins Positive ziehen will, sondern einfach nur was in dem Mensch seiner Psyche vorgeht. Der Text ist einfach nur ne schauspielerische Rolle. Ja. Die Leute haben halt irgendeinen Grund gesucht, wegen politischen Aussagen die Platte verbieten lassen, aber da war eben nix zu machen und dann haben sie es eben mit anderen Sachen, eben mit Gewaltverhältigung und Pornografie halt so halt geschafft, die Platte auf den Index zu bringen. Der nette Mann, so geil, ist wieder erlaubt, ist wieder hofierbar. Ja, finde ich sowieso geil. Ich meine, was haben sich die Menschen darüber aufgeregt, ab Anfang und bis zum Schluss, was ein Skandal die daraus gemacht haben. Und jetzt sind sie auf den Trichter gekommen, dass die bei der Indizierungsstelle total die Fehler gemacht haben, weil sie die Worte überhaupt nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Was haben sie sich wieder schön geärgert und aufgeregt? Geld haben wir da eh keins gesehen, also ob die indiziert war oder nicht, das hat irgendwie, also uns nicht so richtig interessiert. Wir sind mal nach Köln gefahren und weil wir gehört hatten, die hätte sich 30.000 Mal verkauft, ist uns zu Ohren gekommen, da müssen wir dem Herrn Mann Besuch abstatten. Da konntest du aber gut rauswinden, er hat ein paar Köln springen lassen und wir waren wieder geschmeidig. Wir waren sehr einfach zu überzeugen. Mit Freialg konntest du alles erreichen. Wenn wir reichen berühmt sind, werden wir den Markt machen. Wir werden noch gar nicht reichen berühmt. Stimmt. Nur berühmt. Nur reich. Reich langt. Wir reden jetzt ja wirklich von 40 Jahren Karriere und die ersten 15, die waren relativ überschaubar, was den finanziellen Ruhm betrifft. Dann gab es natürlich diesen zweifelhaften Ruhm, mit dem haben wir natürlich auch ein Stück weit kokettiert. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, die Bad Boys zu sein, das war jetzt nichts, was uns irgendwie als nicht erschrebenswert erschien. Sondern es war ja schon cool. Guck mal, wir sind die Bad Boys. Und das kommt auch her, wenn ihr was wollt. Du hast mich, ich mag es, ich lebe durch dich. Kein Hass auf die Welt in meinem Gesicht. Ich hab kein Herz, leist du mir deins. Ich schneide mir zweifel. Und ich viele Tiere deins. Politik irgendwie hat uns nicht interessiert. Also bei uns stand ganz klar der Spaß im Vorderen. Und deswegen haben wir wenigstens. Jetzt wird das mitbesten. Wichtig, denke wir dürfen. Und kurioserweise hat sich das natürlich ja dann irgendwie mit dem, was man dann später gemacht hat, auch während der Skin-Phase, wirkt das ja alles so politisch. Wobei man selbst das Gefühl hatte, wir sind eigentlich gar nicht politisch. Natürlich jetzt, wenn ich das jetzt höre, wenn ich bestimmte Sachen sehe und betrachte, ist das natürlich alles hochpolitisch. Aber wir haben uns damals überhaupt nicht so gefühlt. Das war einfach Naivität, sag ich mal. Das war Provokation. Das wurde dann halt irgendwann mal ernst. Und auch für uns ernst. Auf einmal waren wir uns klar, huch, jetzt sind wir in der rechten Szene. Das waren die Bösen Onkels. Skinhead-Band aus Frankfurt. Ist es das, was wir hören wollten, dass wir ehrenlose Schläger sind? Wir sind frei, 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 wir sind frei. Und dann hat es dann schon auch einen Auslöser gebraucht, wie so ein Konzert in Berlin damals, im Bunker, wo dann auf einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Leute damals gewesen sind, einfach nur noch, ich weiß gar nicht, Ausländer rausgerufen haben und alle Mann den Hitlergruß gemacht haben. Und spätestens da war uns klar, dass sich was ändern muss. Und das hat, ja, ich will nicht sagen Angst gemacht, aber es war dann schon, boah, Alter, habt ihr das gemerkt, was da los ist? Das war jetzt das letzte Mal, dass wir hier so ein Konzert gespielt haben. Ja, und dann haben wir auch direkt, also du konntest ja direkt die Haare wachsen lassen, also okay, raus hier. Die Leute, die jetzt noch Skin sind, also das sind meistens, 98 Prozent sind das, also Rechtsradikale. Das gab es früher nicht. Von vornherein muss man das mal klarstellen. Die Skin-Bewegung heute, die ist also nicht mehr unsere Bewegung. Von der Distanz ziehen wir uns ganz weit. Nie wieder, nie wieder, nie wieder letzter sein. Nie wieder, nie wieder, nie wieder ganz unten sein. Nie wieder, nie wieder, nie wieder letzter sein. Nie wieder, nie wieder, nie wieder ganz unten sein. Nein, nein! Mit der Wir haben noch lange nicht genug und der Heiligen Lieder, da war klar, okay, jetzt geht's für uns durch die Decke. Die war damals auf dem fünften Platz irgendwie, das konnte sich keiner erklären. Das war natürlich, boah, das geht ja gar nicht. Die Band, wie kann denn das sein? Da fand eigentlich in dieser Zeit, eigentlich meine ich, dass das die wichtigste Zeit der Onkels gewesen ist. Von dem, was wir persönlich, was da persönlich stattfand in uns, in der Auseinandersetzung mit uns. Die Bösen Onkels heute, Reue Gesünder oder Wölfe im Schafspelz. In den Liedern ihrer bislang erfolgreichsten LPs sind keine platten Parolen mehr zu finden. Stattdessen befinden sie sich nun auf der Suche nach sich selbst. Die Bösen Onkels, die Bösen Onkels, die Bösen Onkels, spielten rechten Lieder. Sind die das so schnell? Die Taz meldet in eigener Sache, die Taz darf die Bösen Onkels weiterhin als eine berüchtigte, rechtsradikale Band bezeichnen. Wie steht ihr denn heute zu einem problematischen Text wie Türken raus? Also wenn ich das heute höre und wenn ich daran denke, dass das von uns vertont wurde, muss ich ganz ehrlich gesagt kotzen. Die haben es ja erst versucht in allen möglichen Sendungen, schreibende Presse, Spiegel, wie sie alle heißen. Ich meine, wir haben ja mit allen geredet und haben versucht uns da zu erklären mit dem Ergebnis, dass am Ende des Tages alles so viel schlimmer war wie vorher. Über ihre Gruppe ist in der letzten Zeit so viel in den Zeitungen gestanden, dass man eine gewisse Aktualität nicht absprechen kann. Also ich meine, da muss man wohl unsere Vergangenheit wohl in Anbetracht ziehen, dass wir eine Zeit lang alle Skins gewesen sind, die ja bekanntlich einen leichten Hang zum Rechtsradikalismus haben. Man sieht Ihnen das gar nicht mehr an. Ja, komisch, ne? Ja, aber Haare wachsen ja, wenn man sie nicht immer wieder schneidet. So ist es, ja. Von daher gesehen können Sie auch mal eine Länge vor meinen Haaren feststellen, wie lange es schon her ist. Ähm, ja, das war schwer zu akzeptieren. Nicht, dass man nicht über die Sachen reden kann und dass es da verschiedene Positionen gibt und Ansichten. Legitim. Aber dass man dir nicht zugesteht, dich als Mensch irgendwie weiterzuentwickeln und dir Fehler eingesteht, das war schon auch irgendwie bedrückend, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich sehr spannend finde an diesem Thema und ein bisschen komisch, ist, dass, glaube ich, bei keiner Band in Deutschland oder auch auf der Welt so viele Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, so eine gefestigte Meinung davon haben. Da stehen dir die Haare zu Berge. Was da schon... Alleine aus manchen Sätzen, wenn man sie dann umdreht oder rückwärts liest, dann ist das, dann bedeutet das irgendwelchen Nazi-Scheiß oder irgendwie sowas. Das ist, ich weiß nicht, wer da auf solche obskuren Ideen kommt, also das ist schon Wahnsinn. Zuhören ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Den anderen wahrzunehmen, was der wirklich ausdrückt. Die Leute teilen sich lieber mit, als sie zuhören. Und so war das bei uns auch. Wir haben das gesagt, was wir denken, aber die Leute haben nicht zugehört. Haben sich daraus ihr eigenes, ihre eigene Geschichte gestrickt. Man fühlt sich an manchen Momenten natürlich dann auch wie so ein Tier, das an die Wand gestellt wird und sagt, okay, jetzt erst recht. Das heißt, wir als Band, wir oder wir vier Freunde, die hat das alles nur enger zusammengeschweißt. Wir sind der Stachel im Arsch der Nation. Nur reiche Alunken, bis weit von uns verschont. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde. Doch die Ideo hast, teilen deine Träume. Die Ideo hast, teilen alles mit dir. Mein Vater ruft mich an, der damals noch gelebt hat. Hast du gesehen, was wieder in der Zeitung über dich steht und so? Und irgendwann hast du gedacht, weißt du, ich habe jetzt einfach auch keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Und dann haben wir uns überlegt, okay, warum gehen wir nicht komplett als ganze Band einfach ins Ausland? Und sind dann nach mehrerem Hin und Her diskutieren, was wem gefällt und so, sind dann auf Irland gekommen und mussten dann in Irland vor eine Kommission. Mindestens drei Titel mussten von Hand geschrieben, von neben eingereicht werden und so. Und dann hat diese Kommission unser Werk, was wir bis damals hatten, bewertet und ist zum Entschluss gekommen, dass unser Werk einen künstlerischen Wert hat. Und dann haben wir gesagt, oh, sag mal, wie geil ist das denn? In Deutschland werden wir verfolgt und die Presse jagt uns und wir dürfen nicht auftreten und die Iren sagen, ihr könnt gerne zu uns kommen, euer Werk hat einen künstlerischen Wert. Könige des Pathos, radikale Humanisten, hoffnungslose Außenseiter, Idealisten. Und trotz allem haben wir stetig mehr Platten verkauft und haben stetig mehr positive Reaktionen bekommen. Es gab damals schon unheimlich viele Leute, sprich jetzt in unserem Fall Onkels Fans, die dieses Spiel durchschaut haben, was mit uns gespielt wurde. Und die gesagt haben, nee, so nicht. Ja, das lassen wir uns nicht gefallen, das lassen wir uns nicht verbieten, die Band gut zu finden. Und wir kommen trotzdem zu den Konzerten und wir kaufen trotzdem die Platten und so weiter. Und das war natürlich eine unheimlich große Hilfe. Wisterie und Hexenjagd und trotzdem Nummer eins. Das Leben meint es gut mit uns und das war der Beweis. Für diesen armen Planeten scheint Hoffnung zu bestehen. Manche Dinge sind wahr, auch wenn wir sie nicht sehen. Das Drama beginnt. Gottverdammt erschreckend. Köpfe werden rollen. Und niemand, niemand kann sich retten. Das ist der Punkt, vor dem dich alle warnen. Wir schießen Wahrheit durch deine Membrane. Das ist so klar wie Wodka. Du findest uns ganz oben. Wir leben ohne Rücksicht. Auf Konventionen. Das ist Rock'n'Roll und Rock'n'Roll ist Emotionen. Ja, das ist Energie. Und das ist uns wichtiger als technische Perfektion, sagen wir es mal so. Mensch, ja. Dick. Nein, der berühmteste Schlagzeuger Deutschlands. Achtung, da ist er. Hey, können wir noch eine Kram haben? Können wir noch eine Kram haben? Ach, das glaub ich ja gar nicht. So arrogante Rock-Schnösel hier. Dresden. Dresden sag ich schon Leipzig. Entschuldig bitte. Warte mal. Ne, doch. Mach mal was. Kevin P. hier rein. Weil ihr stinkt. Beträger. Ja. Bisschen, jetzt. Wir können uns ja kurz angucken. Wenn ich schnicke, hör mal auf. Ja, aber nicht mittendrin. Wie ihr es unschwer an diesen dicken, löchrigen Gitarren erkennen könnt, kommt jetzt wieder mal ein Tag verschenkt. Alles gelade? Alles gelade? Machen wir deine Röcke im Rollen. Da scheiß mir doch liegt es irgendwo zwischendrin irgendwie. Da bleib ich immer hängen. Und in München stattfragen. Ja! 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 Ein Patz hatte ich mir geleistet, das ganze Konzern. Furchtbar. In einem Lied, das ich schon hunderttausend Mal gesungen habe. Das geht von alleine. Weil nur die Besten sterben, Junge. Ja, es hat mich so verwundert, dass ich mein Break nicht machen konnte. So, was ist jetzt los? Gen一點. Ja, wir müssen das gehen. Wir müssen das sehen. Wir müssen das sehen. Wir müssen das sehen. Genau, wir müssen das sehen. Nein, 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 nein. Wir müssen die Lied in dem Schneiderall. So, ich hab's verpeilt. Hier, film doch den mal, den Lumpen, der sitzt da doch nur rum. Ja, eben hab ich mich so halbwegs durchgemodelt. Das war jetzt schon nicht schlecht, aber... Scheiße ist das, alles scheiße. Kurz und prägnant, kurz und prägnant. Sie war meine erste Liebe. Sie war wunderschön. Sie lächelte mich an. Es war an mich geschehen. Sie trat tief in meiner Haut. Dichtgefühl vergess ich nie. Diesen Bett, das ist ein Schmerz. Kein Hand muss ich sehen. Oh, 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 oh Dieses Gefühl vergesse ich nie Diesen glückter süßen Schmerz Keine andere ist die Fähigkeit Oh, keine Riskyto Oh, keine Riskyto Keine andere ist die Fähigkeit Oh, keine Riskyto Oh, keine Riskyto Das nächste Lied hatte eine etwas unruhentliche Entstehungsgeschichte Allerdings muss ich sagen, im Nachhinein glaube ich hat es vielen Leuten Für den Tod von Freunden und Familien weggeholfen Nur noch ein Erwünsch Sag mir warum An dem Abend war das Spiel Deutschland gegen Arabische Emirate oder sowas Was Deutschland glaube ich 5-2 gewonnen hat oder so Und danach wollten wir eigentlich nochmal nach Sachsenhausen fahren Ja Und der Tremider hat gar keinen Bock gehabt Der wollte die ganze Zeit gar nicht mit Dann haben wir ihn noch überredet Komm geh mit Und so zack Und dann sind wir in die Kneipe reingefahren Und ohne irgendeinen Grund Ohne dass jetzt irgendwas war Hat er ein Messer in die Brust reingestochen bekommen Von so einem Vollidioten Ich habe ihn in den Arm genommen Und dann ist er in meinem Arm gestorben Das war halt ein hartes Erlebnis für mich Und das war mein aller aller bester Freund Wir haben auch zusammen gewohnt in 28 Aber nach seinem Tod Und nach der Beerdigung vor allen Dingen Bin ich total aus dem Ruder geraten Und hab mir all die Birne zugeschossen Wie es nur geht Ich kann es einfach nicht lassen Mich immer wieder in Drogenexzesse reinzuschmeißen Und die sind ultra lang gewesen Und ultra brutal Und ultra viel Polytox heißt mit allem Alles was Rausch macht Hab ich genommen Ich versuch mal da den Ball flach zu halten Und einfach zu sagen Dass es wahnsinnig schwer ist Mit einem Drogensüchtigen eine Band zu haben Gemeinsam an Zielen zu arbeiten Und einen Job abzuliefern Der den Fans gerecht wird Also eins ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben Das war Als wir damals bei Virgin Records waren Haben wir in der Münchner Olympiahalle gespielt Und Virgin Records hat irgendwie einen fliegen lassen Aus ganz Europa England Von der Zentrale von Virgin Und so weiter Irgendwie 50, 60 Leute Alles was wichtig ist Und Kevin hat das Konzert in München so dermaßen verkackt Weil er so drauf war Auf Drogentext vergessen Von der Bühne gegangen Weil er pissen musste Nicht mehr zurückgekommen Du stehst auf der Bühne 15, 20 Minuten Improvisierst Kannst natürlich nicht einfach aufhören zu spielen Und fragst dich Guckst die ganze Zeit Wo bleibt der Typ Na 15 Minuten oder sowas 20 Minuten Haben sie ihn dann gefunden Und auf die Bühne zurückgebracht Ja Der hat sich in seinem Kabel eingewickelt Der hat falsch gesungen Falsche Einsätze Also wie gesagt Das Konzert war ein totales Desaster Und die ganze Virgin Europa Vorstandsetage Und die ganze Sitz unten im Publikum Also das war wirklich für mich So der Moment Wo ich gesagt hab Keine Ahnung Wie das noch weitergehen soll Aber Ja Irgendwas Irgendwas Muss passieren Ich war nicht mehr tragbar Ich hab mein Leben nicht mehr So im Griff gehabt Dass ich sagen konnte Ich schaff das Ich schaff die Tournee Ich schaff Konzerte Ohne weiteres Das war einfach ein Unsicherheitsfaktor Das muss ich sagen Ich war derjenige Der ständiges Kindermädchen Spielen durfte Und Über so viele Jahre Und es war irgendwann mal War ich müde Und dann kam ein Anruf Stefan bittet Pei und mich Bei ihm vorbeizukommen Und dann hat er uns Kurz und bündig gesagt Er hat keinen Bock mehr Und Das war's Schock Die Stimmung war wirklich so aufgeheizt Ähm Dass es ihm einfach gereicht hat Muss man ganz ehrlich sagen Ja Da war richtig dann Gas Da War Dynamit in der Band halt Ne Weil vielleicht war der Stefan Wirklich der einzigste Der damals das erkannt hat Und wirklich die Bremse reingetreten hat Ich weiß nicht Ich war jedenfalls stinksauer Muss ich ganz ehrlich sagen Ähm Gut wenn dir dein Dein Leben Das muss man ja wirklich so sagen Auf einmal Unter den Füßen weggezogen wird Dann bist du auch stinksauer Wir waren Kumpels Egal was passiert War klar Wir müssen das irgendwie halt Zusammen wuppen Da zusammen durch Und wir sind füreinander da Aber es ist Es ist halt irgendwann Ein Punkt eingetroffen Der Nach so vielen Entzügen Und Versprechungen Und Wieder irgendwo An einem Punkt angelangt war Wo du sagst Okay jetzt Es geht jetzt nicht Jetzt ist es vorbei Und Dann stehst du vor der Frage Wird die Band jetzt Deine Lebenslüge Oder bist du So konsequent Und schaffst es zu Ende zu bringen Und zu sagen Okay pass auf Hier geht es nicht ums Geld Hier geht es darum Wer wir sind Was wir sind Was wir den Fans geben Und wenn wir das nicht mehr geben können Dann müssen wir auch die Eier haben Ähm Das einzusehen Und die Konsequenzen rauszutragen Und äh Und das haben wir versucht Ich will mich ganz an dieser Stelle besonders An meine Freunde hier bei der Band bedanken Bei Käpt'n Gonzo und P Für 25 Jahre Unglaublich auszuführen Ich war einfach nur noch ein Stein von den Herzen gefallen Ich war froh dass es vorbei ist Auch der ganze Die ganzen Reibereien innerhalb der Band und so Ja Und dann begann ja Kevins Absturz erst richtig Unschön Man hätte Man hätte das mit mehr Größe Zu Ende führen können Den Fans zuliebe Uns selbst zuliebe Ähm Und das hat einen bitteren Beigeschmack Gehabt Für viele Jahre Also Kind 马ern müssen generates Of Es 거의 honored Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Danke für 25 Jahre Treue, Support und unglaubliche Unterstützung, Dankeschön! Das ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Es hätte ja gar nicht zerbrechen müssen, das ist ja eigentlich das, womit wir in dieser Zeit gehadert haben, oder womit ich gehadert habe. Was wir draus gemacht haben, war nicht gut. Stefan und ich waren ja tief verkracht und die anderen habe ich in den ganzen zehn Jahren auch nicht gesehen. Kevin habe ich zwischendrin einmal gesehen, aber der war so dermaßen drauf und verdruckt, dass ich mir gesagt habe, weißt du, vergiss es einfach. Ja, der ist noch genauso unterwegs wie zu den Zeiten, als wir uns getrennt haben. Aber man höre und staune, kurze Zeit später hat sich das Blatt dann zum Gegenteil gewendet. Kevin war wieder super gut drauf, ist aus dem Knast rausgekommen, war plötzlich wieder ein Mensch, kein Zombie. War super drauf, gesprüht vor Energie. Und ja, haben wir gesagt, scheiße, das wäre doch geil, oder? Gonzo wollte dann wissen, wir hatten ja so ein bisschen E-Mail-Kontakt, was waren die Themen denn so beim Meeting da. Und da habe ich ihm geschrieben, ja, war nichts groß und nur, dass wir mal überlegt haben, wir könnten ja. Und dann wurde hellhörig. Ich hatte mit dem Thema komplett abgeschlossen und hätte niemals damit gerechnet, dass es nochmal zu einer Reunion oder überhaupt zu einem Interesse daran kommen würde. Und war dann doch schon relativ geschockt, als ich die Medien auf einmal vor mir gesehen habe. Und es gab dann schon ein paar schlaflose Nächte, ob ich das machen soll oder nicht. Das allererste ist, dass wir uns ja mal treffen müssen. Ich musste aus München, wo ich damals gelebt habe, nach Frankfurt fahren und war als Erster da. Und sitze so da, zehn Minuten später klingelt es und dann denke ich, naja gut, Stefan ist dafür bekannt, notorisch als Letzter zu kommen, klingelt es. Und wer kommt rein? Stefan. Und dann waren wir beide sozusagen erstmal kurz alleine. Wenn der Funke überspringt, intern, wenn wir uns sehen und wir spüren, wir wollen das alle, ja, und wir wissen es zu schätzen, was wir aneinander haben, was die Onkels sind, ja, dann wird das Ding groß. Wir haben uns begrüßt, wir haben gelächelt, uns in den Arm gelegen und dann kamen die anderen beiden, dann haben wir uns reingesetzt, haben uns unterhalten. Und auf einmal wirklich nach zehn Minuten haben wir festgestellt, ey, es hat sich gar nichts geändert zu damals. Ja, wir sind immer noch genauso eine Gang und wir sind immer noch, verstehen uns immer noch genauso gut, trotz allem, was zwischendrin passiert ist und so weiter. Und ziehen alle, haben noch dieselben Ideen, wollen alle wieder am gleichen Strang ziehen und so. Und dann stand eigentlich erst wirklich fest, dass man sagen kann, die Frage wurde dann auch wirklich gestellt, ihr Jungs, könnt ihr euch das vorstellen und so. Und alle, ja, klar, können wir uns vorstellen und so weiter. Dann stand es eigentlich erst richtig fest, dass die Band wieder zusammenkommt. Kevin auf die Bühne, Frieden mit Gonzo, cool. Und mehr brauche ich nicht. Und dann ist da natürlich irgendwie, dann ist das ganze Ding total ausgeufert. Was ich jetzt erlebe, ist eine Reunion, eine persönliche und ein Gefühl von Wiedergutmachung, auch an mich selbst und an die Zuschauer. Ich habe die Chance jetzt nochmal bekommen, ja, und ich werde sie nutzen und ich habe Bock drauf. Ich bin einfach heiß drauf, das so zu erleben, wie ein Mensch das erleben sollte. Klaren Augen und mit wachem Verstand, ja, und mit viel Leidenschaft. Ich bin einfach heiß drauf, das so zu erleben, wie ein Mensch das erleben sollte. Ich bin einfach Morris, das we��니다, dass die Kinder, die Kinder wieder harten Worte gemacht werden. So soll ich sein? Sehe euch schon, im Dreieck springen, aber es ist dann einfach sein. Lieber Gott, stehe uns bei. Das muss die Neue und gilt sein. Wir haben noch lange nicht, noch lange nicht genug. Auf in ein neues Jahr Wir haben noch lange nicht genug Wir haben schon immer das gemacht, was wir wollten Das macht vielleicht auch diesen ganzen Reiz aus Dass wir die Musik auch immer wieder so interpretieren können Wie wir das uns vorstellen Und auch irgendwie jung geblieben sind Klar werden wir älter Klar geht die Zeit schneller vorbei, wenn man älter ist Aber wir sind im Herzen sind auf jeden Fall die geblieben, die auch früher waren Und das kann es noch nicht austauschen Setz dich und lass dir bequem Die 14.000 Tage feiern wir Mit Kuchen und Bier 14.000 Tage Es war immer authentisch Es ging nie drum, irgendwas vorzumachen Jeder hat gesehen, wenn der Kevin auf der Bühne scheiße drauf war Jeder hat gesehen, wenn der Stefan und ich uns gestritten haben Aber manchmal auch sogar auf der Bühne und so weiter Und ich glaube, diese Authentizität Ist neben der Musik das, was die Onkels wirklich so erfolgreich gemacht haben Wir sind gelebte Demokratie Wir halten das zusammen Also wir finden uns da immer wieder ein Manchmal geht es Aber wir haben es langsam geschnallt Dass wir uns auch auf einem guten Orbit halten Wir kommen uns nicht zu nah Und driften aber auch nicht zu weit auseinander Mich erfüllt das Thema Onkels mit tiefster Demut Dankbar, sowas erleben zu dürfen Auch auf diese Art Die nicht immer toll war Aber so ohne Schulterklopfer Und durch all dieses Dickicht Und all diese Anfeindung Irgendwie Heil rauszukommen Also ich meine, bitte Das ist eine Achterbahnfahrt Vom allerfeinsten Und lebenserfüllend Den Toren an mir Toren an mir